Meine Damen und Herren, mit Einblicken in die Möglichkeiten der Auslegung der Immunität von Abgeordneten geht Tag 2 im Nationalrat zu Ende. Mehr Politik gibt es in OF3, aber schon heute Abend. Chefredakteurin Ingrid Thurnherr lädt zu einer Runde der Chefredakteurinnen. Sie spricht mit ihren Gästen über die Comeback-Pläne der Bundesregierung, die Situation in der FPÖ und die Kanzlerfrage in Deutschland. Neben österreichischen Chefredakteurinnen sind heute auch zwei Gäste von deutschen Medien mit dabei. Katrin Karlweid von der Süddeutschen Zeitung und der Chefredakteur vom ZDF, Peter Frey, ab 21.05 Uhr hier in OF3. Ich danke für Ihr Interesse an unserem Programm. Bis bald und auf Wiedersehen.